Wo bin ich wo bin ich wo bin ich ich dachte ich wäre hier ich dachte ich war tot ich war war ich nicht hier an meinem Schiff wo bin ich warum ich wollte nach Tirol reisen mit meinem Schiff und dort irgendwie in der Alpen Skifahren oder so wo bin ich okay vor allem ist eine Insel warum bin ich auf einer Insel mit einem Boot und warum habe ich einen Schlafzack und warum sieht ja alles so schön aus okay das daran kann man nicht zweifeln aber da okay da vorne ist ein Schaf okay bin ich tot ist es der Himmel ich weiß nicht okay ich gehe mal hier runter ich wollte eigentlich hier noch in die Alpen fahren okay was ist das hier eine Musikdisk okay ich nehme die einfach mal mit ich weiß nicht was mir das bringt oder so okay weil ich den ersten Traptor okay warum sieht ja alles so schön aus das Wasser Leute sieht euch das Wasser an okay ich hier mal runter irgendwie okay hier ist ein Chest was gibt es hier Cookt venison 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 keine Ahnung ich weiß nicht wie man es ausspricht okay guckt matten und gekochter Trusan genau Trusan ist Turkey und Tofu Duck eine Tofu Ente oder ich weiß nicht was es ist okay ist einfach Essen drinnen und guckt Fisch okay ich lese mir das mir hier durch ist ein Buckelquill wenn ihr überhaupt was drinnen steht okay steht hier hallo ich habe dich gesehen wo du und dein Boot untergegangen seid ich habe dich gerettet und hierher gebraucht hier ist es erstmal sicher auf wilden Tieren von wilden Tieren also ob es wilden Tiere oder Wölfe oder so gibt oh oh äh ach ja das Schiffswrack ist schon seit ein paar Jahre her okay anscheinend ist das Schiffswrack hier ähm nicht meins oder so ähm ich würde das Essen da drinnen äh nicht mehr essen könnte verfault sein äh seit ein paar Jahre dann würde ich das Essen einfach nicht mehr essen okay okay äh diese Kiste worin du wahrscheinlich gerade schaust äh ich bin im Buch und nicht der Kiste egal äh beinhaltet auch noch bisschen Essen ja das ist mir definitiv schon aufgefallen was gibt es noch es ist zwar nicht viel aber für ein paar Tage kannst du damit auskommen ja es ist jetzt nicht viel ja ähm ich habe hier ein kleines Lage hier auf einer Insel okay äh ich weiß nicht wo vielleicht eh vielleicht auf meiner Insel ich glaube nicht ich glaube das ist viel zu klein ich okay was steht noch ich kann ja nicht genau sagen wo er es ist weil die Inseln ja alle gleich aussehen okay das stimmt wirklich die ganzen Inseln sehen gleich aus PS ist ja ich heiße Leonard und Leonhard okay dann unterschreibt er nochmal okay der Leonhard äh den Namen muss ich mir merken ich lege mal hier das wieder rein oder ich lass mal Inventar nehmen wir das ganze Essen hier mit um euch bam 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 Trinken glaube ich brauche ich auch weil hier ist es sehr sehr heiß okay 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 ähm ich schaue mir hier mal das Schiff an das Gegenteil kann ich mir hier später ansehen okay hier ist alles verwachsen und ich sehe gerade hier unten ist auch noch so ein Bett oder so vielleicht ist da wer drin ich weiß nicht okay ich gehe mal hier hin wie komme ich denn da überhaupt da hinten und was ist das weiß ich was hier drinnen ist ist ein Leiter aber ich kann ich nicht rein weil es so eine Eisentrapper ist aber egal da vorne ist auch noch ein Ding ist eine Insel also ich gehe mal rein okay hier ist noch eine Tür ah ja hier komme ich runter und Leute man kann hier sogar richtig gut ausschauen okay da oben war ich gerade drinnen habe ich geschlafen anscheinend habe ich den Typ der Leonhard hier hergebracht aber gehen wir mal hier runter okay was hier drinnen okay ist noch ein ganz normales Buch okay was hier näht aber so geht nähter was auch immer hier wir hier nähter wassen brauchen und hier ist auch ein Bett und hier ist sich so ein Fanskate also solche so ein Zauntopf was auch immer und anscheinend sind wir hier am Boden geschliffen oder so dass der komplette Boden hier vom Schiff hier weg gerammt wurde und so okay hier kann ich bisschen rausschauen aber es ist nicht sicher vor wilden Tieren hier aber der Leonhard der Typ hat gesagt dass das man hier mal erstmal für ein paar Tage sicher ist und hier anscheinend keine wilden Tiere sind ich bezweifle das jetzt Schafe oder so wilde Tiere sind aber ich hoffe nicht okay also hier Goldnuggets okay Goldnuggets ja nehme ich mal immer und hier ist hier noch irgendwas ne ist noch ein Lichtpack okay ich glaube das ist halt meine Untergruppe für die ersten paar Tage mal hier weiß ich weiß ich das hier geschieht weiß ich was ich machen soll die sind praktisch ist okay ab und kann ich was ich nehme mir hier mal irgendwie ein paar Chests mit und befördert die mal hier nach oben ich nehme mal hier mit sabam die nehme ich auch mit und hier vorne genau okay 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 die nehme ich auch noch mit habe ich jetzt 3 Chests dann kann ich von unten auch noch mitnehmen okay 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 ich gehe mal hier hoch ich darf nicht viel rennen weil es ist völlig instant Hunger okay wow wie cool das hier einfach aussieht man sieht die kommen in Schatten hier in Schatten okay hier ist auch noch ein Chest aber ich lasse hier mal hier unten aber ich platziere mal die Chests hier oben und hier ist irgendwie alles auch quer und keine Ahnung ich baue das mal wieder hier normal kann man proben das hier alles quer wahrscheinlich wenn es hier alles eingestützt ist ich lasse mal hier so vielleicht baue ich den Block noch ab und platziere den da vorne hin genau so bam okay dann lag ich hier mal ein bisschen trinken oder so ich brauche ja nicht instant trinken okay äh ne da war es ein Buch das lege ich auch mal hier rein so und Musik die ist das baue ich halt jetzt nicht gerade so unbedingt da vorne da oben gebe ich halt die Blöcke mal rein und die Golden Nuggets okay dann gehe ich hier mal runter diese Redstone aber was auch immer hier eine Redstone Lampe ist vielleicht hier dunkel in der Nacht aber ich ja stimmt ich habe kein Licht stimmt okay hier ist doch die einen Chest ich glaube da braucht man glaube ich nichts ich würde mal sagen dass wir uns hier eine kleine Basis aufbauen okay was hier auf der Insel alles okay ich verließe schon Hunger das ist nicht cool okay hier ist auf jeden fall und hier sind scharf hallo scharf ich würde ich jetzt nicht alle Schafe da vorne sind auch noch welche hier sind so ein paar jetzt nicht alle um also töten weil dann könnten die eigentlich züchten mit Weed also mit ähm Dings hier also wenn man das hier abbaut kriegt man Seeds oder? kriegt man Seeds? oh kriegt man keine Seeds? Ah doch Industrial Hemp Seeds okay vielleicht kann man äh Dings Schafe mit Hemp oder so äh Dings ich weiß jetzt nicht was Hemp genau ist aber egal ich könnte hier mal einen Baum hacken okay aber hier ist das relativ schön ich glaube da vorne ist irgendwie so ein Außenposten so ein Dings da vorne ist auch wieder eine Insel und hier ist ein Schwein okay es sind ein paar Einseln weiß ich ob das nur die Einzigen sind wahrscheinlich gibt es ja tausende Inseln hier okay äh dann schaue ich hier mal ähm ich baue mal den Baum hier ab ich baue mal hier ab so es kann jetzt eine Weile dauern aber okay das ist sogar so eingekrümmt oder wie man sagen kann so bam und so bam so mach ich so mach ich ein Crafting Table or Dino ich glaube es soll ich gleich eine Stein doch ich mach glaube ich gleich eine Steinspitzhacke dass ich gleich nachher weiter hacken kann ich gleich bei mir heute erstmal in der Folge in der ersten Folge baue ich mir nämlich mal hier ähm eine Base weil wenn der Regen kommt dann bin ich glaube ich in den der Basis neben dem Schiff hier äh mit Löchtern oder so bin ich glaube ich nicht so sicher von Regen ich hab Angst dass hier Ingo Wölfe sind oder so ich muss mich hier immer umschauen ich hab Angst dass hier irgendwo ein Wolf kommt oder dass ich ein Schaub hier geht so wer auch verwandelt und ich hab keine Ahnung äh ich baue ja einfach mal das Holz ab ähm so so bam und so also hab ich eine Spitzhacke könnte ich eigentlich hier gleich ich baue keine Angst Leute ich baue den äh baumäglich weiter dann kann ich hier ähm genau wo ist hier Stein und ich habe grad ne wie heißt es so ne Dings nicht Ente wie heißt es ist hier nochmal dass ich mir hier am Strand überall hört ok ich baue mal hier paar Steine ich weiß nicht ob da viel Steine sind wahrscheinlich nicht und ich krieg gleich ein achievement wow hier ist ein Silberfisch wo der mich erschreckt uff das hab ich nicht bewusst Silberfisch böse 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 oh mein Gott ok Monster Hunter oh ich hab nicht gedacht dass hier sind mehr Silberfische ihr müsst bedenken hier alle Steine die hier so ähm alle Steine die hier so ganz leicht zum abbauen gehen sind Silberfischsteine ja schaff ich weiß dass du meh kannst ok äh auf jeden Fall immer merken es sind Silberfischsteine wenn die ganz schnell zu zerstören gehen kann man mit der Hahn sogar glaube ich zerstören ich glaube die benutze ich unbedingt fürs Brennen ich habe hier nicht unendlich Holz getting an upgrade ok ähm ok was äh boah machen wir mal hier eine Axt aber ich brauche dafür noch ein Stein Steine Redino Stein 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 hier ist auch ein kleiner Baum hier sind noch irgendwo Steine hier ist noch Stein ok hier ist auch noch Eisen aber ich lass das oh hier ist schon wieder Silberfisch ich hasse die Silberfische die blöden Silberfische die bösen Silberfische ok ich hab ein Ei gekriegt behalten wir das weil aus dem Ei kann nämlich ein Babychicken also Babychicken kann man eine Farm machen ich esse mal hier einen Cooken Matten das bringt mir jetzt nicht so viel aber egal wir haben bald hoffentlich eine Farm ich hoffe dass ich die äh Dings hier reinkriege ich baue mir das Eisen auch gleich ab einfach ich hoffe dass ich die ähm äh Schafe hier eingesperrt kriege ok ich mache mir jetzt mal eine normale Axt ne für die Bäume hier zum Hacken und eine Schere brauche ich auch unbedingt so bam ok das war eine Spitzhacke so bam eigentlich könnten wir gleich so eine Dings auch noch machen aber neue Seger als Stone Path was man sich da alles becraften kann hier ok äh ich baue mir hier den Baum Fertig ab so bam 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 und ich frage mich auch wo der Dings wirklich wohnt der äh wie heißt das nochmal Leonard doch Leonard heißt der glaube ich ähm ähm ja ich frage mich wirklich wo der wohnt und wenn die wirklich so eine große Basis hat ich könnte ihn mal besuchen hier aber ich weiß ja nicht wie ich über zu den Insel kommen oder so ihr könnt mal in die Kommentare schreiben ob ihr irgendwas wisst hier wo äh Leonard sich befindet oder sowas ich weiß nicht wenn ich oder Tipps könnt ihr mir im Bahn oder sowas geben ähm oder wenn ich was übersehe oder sowas äh dann weiß ich nämlich nachher instant immer Bescheid so ich baue ich hier das komplette Holz ab dass die Blätter hier verschwinden nämlich und ich weiß nicht ob man es hier sieht rauskriegt aber ich glaube nicht oder doch ich weiß nicht man hat schon wieder das äh ich zeig schon wieder der Ente ich äh ich weiß nicht wisst ihr wie das ähm genau das der Sound wisst ihr wie das heißt das Tier das ist ein Sound hier macht das so okay ich glaube noch nein nein das ist noch ein Holz hier drin zwei sogar okay man relativ ne drei sogar noch also jetzt noch zwei ich habe relativ viele rausbekommen also das passt eigentlich hier ist noch ein Schwein ich lasse das Schweine mal Schweine die Meini Dami okay äh nehme ich mir mal den Craft & Table mit jetzt die Frage wo machen wir unsere Base ich würde eh vorschlagen dass wir uns irgendwie hier eine Base bauen weil die ist flach okay ich habe gerade dieses Seed bekommen mit den kann ich schicken es nämlich locken also ich glaube ich habe nur ein Schicken oder so da okay egal ähm Industrial Hemsit ich weiß nicht was Industrial Hemsit sind aber egal ich baue mal hier irgendwie äh ich mach mal sparsam und baue mal hier irgendwie ein kleines Haus irgendwie so so sparsam irgendwie bam 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 wir können das Haus ja jederzeit immer ausbauen bam 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 ja ich weiß ich bin jetzt nicht der beste Bauer aber ich baue mal hier einfach ein normales Haus weil wir haben nur Holz gerade im Moment okay warte das kann ich eigentlich da kann ich eigentlich auch noch so ne warte da da braue ich die Wand zu genau ich habe ne Idee braue ich das hier so zu und hier kommt ne da kommt ein Fenster ran da mache ich glaube ich gleich ein großes Fenster hier ran and by the way sorry wenn meine Stimme hier ein bisschen angeschlagen klingt ich bin hier ein bisschen verkältet aber ich glaube das macht nichts so was kann ich jetzt noch machen ich kann das so und scharf warum machst du warum rennst du immer raus okay egal ähm okay ich mache noch ein bisschen sowas so bam so es sind ein paar Blätter Blätter könnte ich mir auch noch aufhören könnte ich eigentlich mit der Schere hier zerscheren oder so weil wie man halt sagt okay dann baue ich hier mal das Dach bam 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 gut das ist klar dass die regen drauf und so will und alles glänzt auch hier und ich bleibe mal hier im haus morgen die kohle oder sowas weiß nicht was kohle gibt ich hole mal ganz schnell aber ist draußen sehr kalt ich habe ganz schnell ich das ganze das werde ganz schnell die kisten nein das ist zu gewachsen die kiste bräuchte nicht die kiste mit da die ganzen items ich mir auch schon mit bambam 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 alles schnell mitnehmen okay das hat gerade bis gelag okay ich glaube wir brauchen nichts mehr hier ich brauche immer die chest auch noch mit einfach einfach weil baum keine ahnung okay jetzt schnell wieder zurück das wird immer kälter okay ich gehe ich werde zum haus zurück okay okay ich brauche mal die chest ziehen bambam 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 und essen muss ich wieder was okay ich lass mal die fenster so sein und so schwein direkt vor mir ich muss unbedingt jetzt dings einzäunen solche schweine radinos kann man sagen fast nur essen rein und so okay dann spreche mal das schwein ein wo bist du schwein wo bist du schwein okay ich glaube ich einfach in die erde an es regnet doch dass das ding doch ich wäre jetzt mal ein schwein ein schwein redino wo bist du schwein redino wahrscheinlich gleich das schaf ich bekle ich das schafen kommt schäfchen sam braves schäfchen nice braves schäfchen es war dumm hier im regen zu arbeiten aber haben die ein schaf hat nein 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 böses schaf okay ich glaube das hört nur auf dings hier das heißt ich mache mir hier mal eine dings dann mache ich hier genau das mache ich und so das mache ich auch immer das ist es müsste das eigentlich wachsen du schaff hier bitte mal in mein loch investiert was ich ganz schön für dich gegraben habe hier rein please bitte 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 nein böses schaf okay dann glaube ich ja habe ich halt ein neues lingen habe ich auch nichts ah ja da ist es nur schaffen dann dannushaline nanninnen hat man liburisch nann bloque geht zudeben schaffen es soll dir drinnen bleiben auch gleich nein böse scharf böse scharf böse scharf nein es geht nicht rein bist du ein bisschen braun ja das ist braun scharf du musst du nämlich unbedingt ein vorteil nehmen genau genau das schafft das kann man das paar mal hoch ich gleich muss es einmal schlagen das hier hoch end nicht wieder runter okay wir haben noch genug essen hier also ich glaube das passt mal hier ich darf ich nicht drüber rennen sonst wird das irgendwann kaputt okay genau hier wieder die blöcke ein bambam bambam ist nämlich alles sehr wichtig genau ein ofen bräuch oder irgendwie etwas zum braten kann ich auch die hebra hat der herr wie kann man nicht glaube ich wirklich braten ich glaube man kann man das trinken kann ich überhaupt das trinken hier draußen trinken hier ist es schafft das ist ein braves schaf ich gehe hier rein nice nice leute wir haben alles drinnen und wir haben alles eigentlich gewonnen nachher nein bleibe drinnen ja nein sie haben alles eingefangen gefahren sind noch ein paar schafe aber wir können paaren hier zwei schafe okay wenn es im nächsten folge gewachsen ist können wir eigentlich dann können wir nicht die schafe paaren okay ich habe auch das hier genau ich könnte hier noch irgendwie kann man kokos ist ja auch von bei mir oder ich würde hier vorne weil der ist am höchsten alles können das sind dinge so und ich kann man sogar hochklettern ok lai ok sind das jetzt dings da kann ich die hacken ja schoko beans tatsache okay ich kann das gar rüber ich fühle mich gravitas an oder so okay und so bam und so schnell hacken die wir darüber jetzt bis weiter unten als passt schon so bei der anderen sind auch noch was oben aber ich glaube bei der anderen ist verleihen oder sowas hochbauen hier weil hier sind die jahren vielleicht wachsen ja auch lernen wer weiß aber was hier ist wieder ein iphone und dings blumen sind ja auch überall immer die blumen mit steine und hier ist schon wieder silber fisch böser silber fische böser silber fische nicht dass ich gleich stelle ja dann kann man sich nicht beraten oder essen warm warm und ich weiß auch nicht was man hier mit xp machen kann aber ich merke was ich merke ist dass hier relativ dings hier ist ich baue schnell hierzu so beim beim ja irgendwie ist fast schon unser ok ich gehe mal hier in mein haus rein das war noch keine doch kein fenster hat noch keine boden doch in der ofen und auch keinen kam und auch kein bett und alles und keine anwählung weiß ich was und ja ja jetzt war glaube ich eine erfolgreiche erste folge ich bin hier aufgewacht keine ahnung wo ich überhaupt bin ich weiß ich wer leonard ist wenn du bist wer leonard ist schreibt es unbedingt in kommentare rein und ja lasst unbedingt ein abo ein abo da für weitere folgen wenn wir abo und like da lässt nämlich dann sehe ich nämlich dass hier dass ich minecraft aquana gefällt also lasst ein like und abo da und ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020